In München wird natürlich hochwertig gebaut, aber gerade im Mietwohnungsbereich sind wir mit unserem Projekt Gmunder Höfe in Obersendling etwas Besonderes, sowohl für die Vonovia als auch für München. Jedes Haus ist für uns etwas Einmaliges, für den, der es plant, für den, der es baut und letztendlich für den, der es bewohnt. Integrativer Bestandteil des Quartiers ist eine große Kita mit über 100 Plätzen, die bevorzugt unseren Mietern zur Verfügung steht. In unserem Quartier befinden sich über 300 Wohnungen, vom Einzimmerapartment bis zur großzügigen Vierzimmerwohnung. Wir bieten allen unseren Mietern eine sehr hochwertige Ausstattung. Im Dachgeschoss befinden sich spektakuläre Maisonette-Wohnungen mit einzigartiger Aussicht in Richtung München oder die Alpen. Obersendling ist perfekt gelegen und bietet eine tolle Wohnqualität. Ein besonderes Highlight ist natürlich die Nähe zur Isar mit Flaucher, Maria Einsiedelbart und dem Tierpark. Einfach mieten ist unser eigener Anspruch. Wir wollen verlässlicher Partner für Sie sein. Das beginnt beim lokalen Ansprechpartner vor Ort und betrifft auch innovative Formen der Kommunikation, wie zum Beispiel unsere Mieter-App. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie bei uns Mieter in den Gemunderhöfen werden wollen. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie bei uns Mieter haben,